So ihr Lieben, ich bin mal wieder unterwegs und jetzt fahre ich nach Steinfurt zu Klaus Effing, dem Landrat. Wir sind heute hier exklusiv für euch auf dem Rundgang 2019 der Kunstakademie Münster. Ich bin ja Manager und ich frage mich, macht das heutzutage noch Sinn Kunst zu studieren? Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Ich bin Felix Beuse, Trainer und Speaker und war heute bei der Firma GAUCH und wir haben ein Seminar zugemacht. Wie präsentiere ich mich professionell in den sozialen Netzwerken? Ich bin Miri Schimschek. Schön, dass du deinen Weg auf meinen Kanal gefunden hast. Was muss man mitbringen als junger Mensch, wenn man hier Kunst studieren möchte? Ja, den Enthusiasmus für die Kunst. Jetzt seht ihr die fünf Impro-Regeln, goldenen Regeln, die euer Leben verändern können, wenn ihr sie verinnerlicht, wenn ihr sie gebraucht, auch im Alltag, auch im Berufsleben. Ihr müsst es nicht nur auf der Bühne anwenden können, auch wenn ihr keine Schauspieler seid, schaut einfach mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In Business, I think, it's your vision. You've got this dream about what you want to do. A lot of people will tell you you can't do it. But as long as you believe it, you can get others to believe it. So stick to the vision. In den Straßen von Lackenberg In den Straßen von Lackenberg, Lackenberg Was wir wahrnehmen ist die Oberfläche Manchmal sehen wir auch ein echtes Lächeln Manchmal schenken wir dann eins zurück Manchmal schenken wir dann eins zurück Was wir wahrnehmen ist die Oberfläche Manchmal sehen wir auch ein echtes Lächeln Manchmal schenken wir dann eins zurück Es wird cool, bleibt dabei, ich bleib dabei und vielen Dank für dieses Interview und wir sind noch am Start, wir freuen uns auf die weiteren Tage.